Die Waffe von dir, Fremde. Der Speer. Ich kann das blaue Licht darin sehen. Das? Es stammt von jemandem, den ich kenne. Ah, ein Schamane. Äh, nein. Eher kreativ. Nicht jeder versteht den Funken im Metall, das Lied, das dem Metall inne wohnt. Aber es könnte verbessert werden, modifiziert. Mit der Hilfe der Alten. Nördlich von hier ist eine Höhle, ein Schacht im Schnee. Darin ist ein Nest von Metallvögeln. Finde einen Vogel, der noch vollkommen unversehrt ist. Such eine Schiene darin, die so lang ist wie dein Speer. Mehr kann ich nicht sagen. Eine Schiene von ein paar Metallvögeln besorgen. Nichts Ungewöhnliches. Sieht tief aus. Und auch nicht natürlich. Vielleicht bin ich hier nicht dran. Hier ist einer der Metallvögel. Ich muss nur da hoch. Wenn ich die Flugmaschine ein wenig bewegen könnte. Ich würde, ich würde... Hm, wohl doch nicht fest verankert. Jetzt kann ich hinüber. Hier wurde was herausgetrennt. Vielleicht finde ich noch eine dieser Flugmaschinen. Da ist das Türschloss. Ich muss es einstellen. Wenn diese dämlichen Techniker denken, sie könnten einfach hier reinkommen und an den Drohnen herumfuschen. Haben Sie die Rechnung ohne mein Pflichtbewusstsein gemacht? Ich setze mal das Holoschloss zurück. Echo, Sierra, Echo. Ich wollte keinen Haufen fliegender Kameras. Ich will Sicherheit, keine Überwachung. Und Sicherheit heißt Feuerkraft. So wahr Gott mein Zeuge ist, ich werde nicht mit Platzpatronen schießen. Falls und wenn ein schwerer Terrorakt diese Einrichtung entweiht. Mein Fokus könnte etwas finden, das mir entgangen ist. Beschädigt. Schätze, die Banu waren schon hier. Schätze, die Banu waren schon hier. Montageschiene. Das brauch ich. Das sollte leicht abgehen. Ich zeige das dem Schamanen in Sanges Grund. Der ist etwas schmerzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sollte ich das Schamanen-Geheimnisse spricht man niemals aus Sollte ich das hier für dich finden? Binde es an den Speer, befestige damit Das erst mal Du findest mehr, ganz sicher Warum hilfst du mir? Das blaue Licht verblasst Die Maschinenlieder enden Und was genau tut das Konklave? Sitzen, singen, beobachten Es reicht Wir müssen kämpfen und du Du bist ein Kämpfer Wir teilen ein Ziel Da bin ich mir nicht sicher Ich weiß nicht mal, was das Ziel sein soll Aber ich danke dir Spar dir den Dank Handle lieber Jetzt kann ich meinen Speer mit Teilen modifizieren Gar nicht schlecht Ich könnte jetzt auch meinen Speer verbessern Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal